Sport ist für dich immer eine Überwindung, aber du gehst ganz gerne spazieren. Das ist super, dabei kannst du deine Muskeln ein bisschen stärken, Verspannung lösen und Stress reduzieren. Los geht's! Versuch mal diese Bauchübung. Du musst dich nicht einmal hinlegen dafür. Du balancierst auf dem rechten Bein, du nimmst den rechten Arm nach vorne und jetzt ziehst du den Ellenbogen an das linke Knie. Die beiden treffen sich ungefähr auf Bauchnabelhöhe und wieder strecken. Und das Ganze insgesamt in der Schwebe fünfmal wiederholen. Und wiederholen. Hast du die fünf Wiederholungen gemacht, wechselst du die Seite. Machst hier ebenfalls fünf Wiederholungen. Du wechselst so häufig, wie du Lust hast. Und jetzt machen. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.